Ski und Rodelgut hieß es am Gründonnerstag auf Sylt. Völlig überraschend war in der Nacht noch einmal der Winter mit Schnee auf die Insel zurückgekehrt. Damit hatte eigentlich keiner mehr gerechnet. Die meisten Insulaner und die zahlreichen Ostergäste sind eigentlich schon im Frühlingsmodus. Das winterliche Gastspiel soll allerdings auch ebenso schnell wieder vorbei sein. Wie es gekommen ist.